Also ganz ehrlich, ich habe dieses Buch geschrieben und wenn ich das jetzt angucke, denke ich, wer ist diese Frau? Ich habe gerade mir vor dem Interview jetzt Gedanken gemacht, was erzähle ich denn den Zuhörern aus meinem Buch? Ich würde vorschlagen, du liest es wirklich komplett durch, um diesen roten Faden in dieser Geschichte zu erhalten. Denn ich war früher extrem angepasst, schüchtern, fühlte mich klein und hässlich. Ich hätte niemals gedacht, dass ich nur irgendeiner Person auf dem Planeten was zu erzählen hätte. Und jetzt stehe ich vor vielen tausenden Menschen und spreche zu ihnen, bin dabei aber immer noch ganz normal geerdet und denke mir immer, was ist es eigentlich? Also ich mache das einfach von Herzen und oftmals fließen einfach Dinge aus mir heraus. Für mich ist das ganz normal. Und vielleicht kennst du sowas, wo du denkst, ja, was finden die Leute jetzt da dran? Für andere bist du ein Leuchtturm. Und auch dieses Buch ist für viele, und so habe ich schon ganz viele Reaktionen bekommen, ein Leuchtturm, ein Mittel, wie sie selber in die Umsetzung kommen. Aber wenn ich da selber drinstecke in der Geschichte, dann finde ich das noch gar nicht mal so besonders, weil es für mich ja ganz normal ist. Für mich ist auch normal, wie ich ticke. Und ich habe dann im Laufe meines Lebens gemerkt, es ist nicht für jeden so normal, so zu ticken. Ich kriege zum Beispiel ganz, ganz viele göttliche Impulse. Ich höre Dinge, wenn jemand anfängt zu sprechen, schon vorher. Und nein, das ist nicht normal. Ich habe aber früher immer gedacht, das ist normal. Zum Beispiel mein Vater hat immer gesagt, lass doch mal die Menschen aussprechen. Und ich habe aber vorher immer schon die Sendung bekommen. Und so mittlerweile begreife ich, dass jeder von uns eine ganz persönliche Geschichte hat. Und deswegen habe ich meine aufgeschrieben, damit du dich vielleicht selber erkennen kannst und weißt, du bist kein Opfer. Du musst auch nicht als Opfer gehen, sondern du kannst das, was du früher gelernt hast, zu 100 Prozent umdrehen. Und du kannst das, was dir vielleicht nicht gefallen hat, als Antrieb benutzen, um ein Leben zu kreieren, von dem du keinen Urlaub mehr brauchst. Ich habe heute so ein Leben. Ich bin heute vollkommen frei und zwar auf allen Ebenen. Und früher, wie gesagt, habe ich mich geduldet gefühlt, habe mich falsch gefühlt, habe mich nicht schön gefühlt, habe niemals gedacht, dass ich etwas zu sagen hätte. Heute darf ich viele, viele tausend Menschen inspirieren mit meiner Geschichte, einfach weil ich aus diesem Bewerten ausgestiegen bin. Ich bin davon weggegangen, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen und zu sagen, hey, du bist schuld an meiner Misere. Sondern ich habe die Verantwortung übernommen und habe begriffen, wenn meine Seele in dem Körper die Erfahrung machen will, dann muss es natürlich im Außen auch Schauspieler geben, die mir genau diese Sachen spiegeln oder die meine Punkte, meine Wunden drücken, den Finger in die Wunde legen, damit ich diese Erkenntnisse habe. Und so verstehe ich mittlerweile das Leben als ein Spiel und bin halt aus der Bewertung im Außen ausgestiegen. Und ich wünsche dir, wenn du dieses wunderbare Werk gelesen hast, dass auch du aussteigst aus der Bewertung im Außen, dir immer die Frage stellst, hey, was hat das, was ich im Außen sehe, erlebe und fühle denn mit meiner Innenwelt zu tun? Denn wir werden alle als kleines Kind auf dem Teppich geprägt und werden befüllt mit den Impulsen, die in unserem Familiensystem halt üblich sind. Wir leben in verschiedenen Mustern, in bestimmten, ja, wie nennt man das? Familienmitglieder machen immer wieder das Gleiche. Und du kannst dir das vorstellen, ich habe dieser Tage ein Video gesehen, wie so ein Glas. Die Oma wurde von ihrer Mutter befüllt mit all dem Inhalt. Jetzt nimmt die Oma dieses Glas, was sie dann quasi abbildet und gibt es weiter an ihre Tochter, was dann meine Mutter ist. Und meine Mutter kann in mich nur das hineinfüllen, was eben in ihr drin ist. Also muss ich doch niemandem böse sein, sondern wenn mir das, was in meinem Gefäß drin ist, nicht gefällt, dann habe nur ich die Macht, dieses Gefäß auszulernen, diese alten undienlichen Glaubenssätze aufzuspüren, dabei hilft dir dieses wunderbare Werk, und diese Glaubenssätze umzutransformieren in die Sätze, die ich tatsächlich dann denken fühlen und erleben will, die ich verkörpern will, um in mein Leben das zu ziehen, was ich mir von ganzem Herzen wünsche. Und wenn du sagst, ich bin bereit, Gestalter meines Lebens zu sein, dann kann ich dir von Herzen nur mein Buch empfehlen.